Hallo und herzlich willkommen zurück bei Filmzeugs. Heute habe ich endlich mal wieder nach langem etwas gefrühstückt. Und warum das notwendig war, erfahrt ihr nach dem Intro. Lustig, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das immer schon gesagt habe. Das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, warum ich heute etwas gefrühstückt habe, ist der Grund, dass ich normalerweise diese Folgen ja am Vormittag aufnehme. Und da ich generell nicht frühstücke, ja, ist das an sich kein Problem. Es ist nur so, dass wir heute über etwas reden wollen, was mit Essen zu tun hat. Und wenn ich mich längere Zeit mit Essen beschäftige und nichts gegessen habe, dann ist das irgendwie voll unangenehm. Und also gibt es heute eine Ausnahme und ich habe etwas gefrühstückt. Worum geht es genau? Ja, wir haben ja vor längerer Zeit schon mal ins Kochstudio von Dario und der Manuela geschaut. Und da hat sich mittlerweile einiges getan. Wir haben ja ein Setup zusammengestellt, ein Setup aufgebaut und ein Setup bei einem ersten Live-Test auch im Betrieb gehabt. Und darüber will ich euch heute erzählen. Also eine ganz kurze Rückschau, auf was wir bisher schon gemacht haben. Ihr könnt euch das da oben anschauen. Und zwar haben wir überlegt, wir wollen in dem Küchenstudio ein Live-Streaming machen können, um die Kochshows und sonstige Dinge, die der Dario so veranstaltet, in dem Fall über Zoom vorerst senden zu können, sodass Leute, die momentan nicht zu ihm ins Studio kommen können, um die Kurse zu machen, online daran teilnehmen können. Ja, wie gesagt, sind wir das zuerst einmal durchgegangen. Was wollen wir überhaupt? Und dann die Frage, was brauchen wir dafür? Erster Punkt, was wollen wir, war ganz klar vorgegeben, wie ich schon gesagt habe, der Dario wollte über Zoom streamen. Das heißt, wir brauchen eine Webcam. Zweiter Punkt war, der Dario wollte über mehr als eine Kamera streamen. Das heißt, wir brauchen keine Webcam im klassischen Sinn, sondern ein Webcam-Interface, an das wir mehrere Kameras anstecken und schneiden können. Dritter Punkt war, der Dario möchte das Ganze hardware-technisch lösen. Er möchte nicht in einer Software am Computer die ganze Zeit zwischen den Kameras umschneiden, sondern möchte ein Bedieben-Panel oder so haben. Da gab es jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine wäre gewesen, das über OBS zu lösen, mehrere Signale in OBS einzuspielen und die dann über eine Hardware-Box anzusteuern. Da gibt es ja so wie Shortcut-Button, programmierbare Tastatur-Zusätze, nenne ich das jetzt mal, wo man umschneiden könnte. Das Problem ist allerdings, wie kriegen wir mehrere Webcam-Signale rein, beziehungsweise mehrere Kamerasignale rein. Und die einfachste Möglichkeit dafür ist momentan ein Blackmagic-Design ATEM Mini. Da gibt es drei Versionen, den normalen Mini, den Mini Pro und den Mini ISO. Seit einiger Zeit gibt es auch den Extreme, den verwenden wir sogar bei uns in der Kirche, den zeige ich euch noch in einem anderen Video. Aber der wäre ein Overkill gewesen für das, was wir brauchen. Also nachdem wir festgelegt hatten, wir wollen über Zoom streamen, wir wollen einen ATEM Mini, in dem Fall haben wir einen Pro gekauft, als Web-Interface nehmen, war klar, okay, wir müssen mit den Kameras über HDMI reingehen. Der Mischer hat vier HDMI-Eingänge, einen können wir für den Computer nutzen, um eine Präsentation abzuspielen und dann haben wir drei weitere für Kameraperspektiven. Die erste Idee vom Dario war, Smartphones oder Tablets zu nehmen, er hat das gesehen bei anderen Leuten und diese Smartphones oder Tablets auf HDMI, also da gibt es so Adapterstecker, auf HDMI umzustecken und dann über das HDMI-Signal in einen Mischer zu geben. Wir haben das getestet mit iPhones, das funktioniert an sich ganz gut. Das Problem ist nur, dass um einen Clearfeed zu bekommen, also so wie ihr jetzt hier das Bild seht, da sind ja keine Informationen eingeblendet. Wenn ich mir das da aber auf der Kamera anschaue, auf meinem Monitor da, also auf meinem Referenzmonitor, dann habe ich ganz viele Dinge eingeblendet. Das nervt halt, wenn man irgendwie eine Kochshow sendet und dann hat man laute Informationen im Bild. Das heißt, man möchte, dass über HDMI ein Signal rauskommt, wo all diese Informationen nicht mitgesendet werden. Um das bei einem Smartphone oder Tablet hinzukriegen, weil normalerweise sind die dafür nicht gedacht, gibt es eine Software, Filmic Pro heißt die, das ist so eine Filmsoftware, wo man ganz viel einstellen kann. Und da kann man unter anderem auch einstellen, dass das Bild über den Ausgang des Smartphones bzw. Tablets und dann halt über den Adapter auf HDMI, dass das ausgegeben wird ohne all den Informationen, ohne den Rahmen rundherum, ohne allen Einstellmöglichkeiten, so dass man halt zwar am, ich sage jetzt mal, Tablet sieht, was man einstellt, aber das Bild nur, das Videobild ausgegeben wird. Das Problem dabei, also an sich funktioniert das super, das Problem dabei bei uns war jetzt nur, wir hatten einige iPhones, die wir dafür verwenden wollten, die der Dario schon hatte. Und diese iPhones waren von einer Generation, also das sind nicht mehr die allerneuesten gewesen, und die waren von einer Generation, wo Filmic Pro nicht draufläuft. Das ist eine relativ neue App und die ging dann nicht drauf. Und jetzt haben wir das getestet und das hat zwar an sich funktioniert, aber wir haben eben keinen Clear HDMI-Ausgang bekommen. Sprich, wir haben nie ein Bild gehabt, wo keine Informationen eingeblendet waren. Und das ist halt total verstörend und dann haben wir gesagt, okay, das geht nicht. Dann war die Frage, okay, wenn wir eh schon ein professionelles System mit HDMI aufsetzen, warum nicht gleich Kameras nehmen, die HDMI-Stecker wirklich haben, wo wir HDMI-Kabel verlegen können, Kameras, ja, wo man vielleicht Wechselobjektive draufhauen kann, sprich, wir können dann in der Zukunft die Kameras für andere Dinge auch nutzen. Man muss nicht nur dieses eine Objektiv, was drauf ist, verwenden, sondern der Dario kann die nehmen, um seine Kochschuss zum Beispiel auch, wenn er mal im Freien irgendwo in einer Outdoor-Küche kocht, dort was aufzuzeichnen, jetzt gar nicht live zu streamen und da dann zum Beispiel andere Objektive draufzuhauen oder auch irgendwelche anderen Dinge privat einfach aufzuzeichnen. Es wäre doch schön, wenn man schon irgendwas besorgt, wenn das was Sinnvolles ist, was man mehrfach nutzen kann. Da ist man, wenn man ein gewisses Budget nicht überschreiten möchte, aber relativ schnell eingeschränkt, weil A, nicht sehr viele Kameras die Möglichkeit haben, in der Software, die vorhanden ist, ein Signal rauszusenden, das keine Einstellungen hat, B, es viele Kameras gibt, die einfach ein 30-Minuten-Limit haben. Die drehen sich, auch wenn sie fix am Strom sind und über HDMI ein Signal rausschicken, drehen sich die nach 30 Minuten einfach ab. Die gehen in so einen Standby-Modus. Es gibt nicht so viele Kameras, die, wenn sie an Strom und HDMI angeschlossen sind, das überbrücken, in einer gewissen Preisklasse natürlich. Und dann die dritte Sache, mit der wir ein bisschen zu kämpfen hatten, ist, wir brauchten auch eine Kamera, die klein und leicht ist und trotzdem die Möglichkeit hat, sich über Strom betreiben zu lassen. Viele von so kleinen Mirrorless-Kameras haben halt winzige Akkus, die nicht lange halten. Und wenn wir jetzt aufnehmen und seine Kochshow halt zwei, drei Stunden mit Vorbereitung und Nachbereitung braucht, dann können wir das natürlich nicht brauchen, selbst wenn das 30-Minuten-Limit nicht anspringt, wenn dann der Akku aus ist. Und nach einiger Recherche haben wir dann uns für diese hier entschieden. Wir haben da drei davon gekauft. Die gab es gerade in einem Sonderangebot vergünstigt. Das sind von der Firma Sony, von der Alpha-Serie, die Alpha 6000. Die sind schon ein paar Jahre alt, sind nicht mehr das allerneueste Modell. Sind auch jetzt nicht unbedingt das Modell, das ich jemandem normalerweise zum Filmen empfehlen würde. Momentan, Stand Mai 2021, wäre das immer noch die Alpha 6400. Die hat einige Vorteile gegenüber der Alpha 6000, die wir da gekauft haben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, für Live-Streamings brauchen wir diese Vorteile alle nicht, weil wir sie alle nicht nutzen können. Somit war das die beste, günstigste Kamera, die wir kriegen konnten. Wir haben etwa, bin mir nicht ganz sicher, aber unter 500 Euro auf jeden Fall. In dem Fall der Body mit einem Kit-Objektiv, dem 16mm auf 50mm. Power Zoom, das ist dieses kleine Pancake-artige. Das reicht aber für die Zwecke vollkommen aus. Und ja, da haben wir dann solche Dummy-Batterien gekauft dazu. Das sind solche, ich habe jetzt hier leider keine herumliegen. Das sind einfach wie eine Batterie mit einem Kabelanschluss raus. Und da kann man dann ein Netzgerät dranhängen und dann laufen die ewig. Und ja, diese Sony Alpha 6000, die dreht sich auch nach 30 Minuten ab. Außer, sie ist an HDMI angeschlossen und empfängt über HDMI zurück von irgendeinem Endgerät ein Signal, das sagt, hey, ich sende und empfange, dann läuft sie ewig durch und das ist wunderbar. Wir haben uns da am Anfang beim Aufbauen ein bisschen geschreckt, weil sie die Kameras da abgedreht haben. Aber nachdem wir die dann an den Mischer angeschlossen hatten, hat alles funktioniert. Ja, wieso jetzt drei Stück? Der Dario wollte eine Totale, das ist ja schon mal klar, einfach wo man ihn kochen sieht. Und dann hat er auf seinem Kochbereich ein Kochfeld. Da wollte er von oben halt eine Kamera, die hier reinschaut, dass man sieht, was er kocht. Und eine zweite Kamera, die auf sein Küchenbrett schaut, sodass man sieht, was er vorbereitet. Und die Idee war eben, den Mischer jetzt auf der Seite so hinzustellen, dass er die Totale hat, in der er halt arbeitet und wo er die Leute ansprechen kann. Und von oben diese zwei Kameras runter, die halt die Close-Ups zeigen auf das, was er gerade tut. Und er kann dann halt immer umschalten, beziehungsweise wenn er auf einer der Close-Up-Kameras ist, dann kann er per Bild-in-Bild-Funktion, kann er sich unten im Bild einblenden, dass man ihn halt sieht, wie er redet und groß halt, was er so macht. Und der vierte Eingang, der Mischer hat ja vier Eingänge, ist eben für einen weiteren Laptop, wo er dann gewisse Folien einspielen kann. Also zum Beispiel die Rezepte für das, was er gerade macht oder auch andere Fotos oder sonstigen Tipps. Ja, da sieht man jetzt noch einmal ganz kurz die Objektive drauf. Die sind eingefahren, wenn die Kamera abgedreht ist und die werden dann um einiges größer, wenn sie aufgedreht ist. Wir haben die Kameras jetzt an einer Stange, die wir oben querlaufen haben lassen, mit solchen Klammern und so Magic-Armen befestigt, die zwei oberen, und haben sie genau in die Position gebracht, wie wir das brauchen, haben uns Strom hingelegt, haben uns lange HDMI-Kabel hingelegt und das alles dann zurück zum Mischer geführt. Das ist ein richtig fetter Kabelstrang, den wir dann mit Kabelbindern fixiert haben. Überall, dass man nicht irgendwo ankommt und was runterreißt und sind damit dann in den ATEM gegangen und vom ATEM dann über ein USB-C-Kabel in den Laptop, der das Ganze streamen soll. Der erkennt den Mischer jetzt als Webcam und wenn man diese Webcam dann sozusagen, diese virtuelle anwählt im Zoom, dann kommt das Bild, das aus dem Mischer ist halt ganz normal im Zoom und wird angezeigt, als wäre es eine Webcam, die zum Beispiel am Laptop direkt drauf ist und dann kann der Dario eben per Knopfdruck die Kameraperspektiven wechseln. Dritte Kamera, die totale, steht halt vor ihm auf einem Stativ. Ja, ich zeige euch hier kurz jetzt das Setup, das sind die zwei Laptops, der eine der streamt, der andere, wo die Folien eingespielt werden, der vorher der Mischer mit all den Kabeln. Was da am Mischer noch angesteckt ist, ist ein Funkempfänger für eine Funkstrecke. Der Dario hat so eine Funkstrecke gekauft, die so ein doppeltes Signal hat, also wo man Stereo zwei Sender reinschicken kann in einen Empfänger und der geht auch noch in den Mischer. Damit hat er so ein Ansteckmikro und kann sprechen und man hört ihn und er kann das schön mischen und wenn er einen Gast hat, beziehungsweise die Manuela ihm hilft und mit dabei ist, dann hat sie auch einen Anstecker. Dann können beide reden. Ja, hier zeige ich euch kurz ein paar Bilder vom Aufbau. Da ist zum Beispiel gerade mein Kollege der Simo, der hat uns da auch geholfen bei der ersten Übertragung. Da baut er gerade ein paar Lichter auf. Denn wir haben natürlich die ganze Küche ausgeleuchtet, weil wir a Kontrolle haben wollen über das Licht und b wir gewisse Dinge halt in den Vordergrund rücken wollen, nämlich dort wo der Dario gerade kocht. Das soll gut ausschauen und nicht irgendetwas. Was wir dafür gemacht haben ist, wir haben getestet mit zwei verschiedenen Sets von relativ günstigen LED-Panelen der Firma Nua mit Softboxen drauf und waren uns nicht sicher im Vorfeld, ob wir das eine oder das andere nehmen wollen. Wir haben uns dann entschieden, beide zu nehmen und zwar so, dass wir jeweils ein Paneel links und rechts haben mit einer Softbox, das von vorne Licht gibt. Dann haben wir eines hinten, das den Dario ein bisschen rauskantet. Also von vorne haben wir jetzt testhalber mit 4400 Kelvin geleuchtet und von hinten mit 5600 mit Tageslicht. Das wird jetzt ein bisschen eine bläulichere Kante und das hat nicht ganz so gut ausgesehen, wie wir uns das gewünscht haben. Also haben wir noch die restlichen zwei Lampen, die wir hatten, genommen und links und rechts von der totalen Kamera einfach nach oben in die weiße Decke strahlen lassen. Und das hat uns den Raum so weit aufgehellt, dass es jetzt dann gut ausgeschaut hat und wir mit dem Ergebnis zufrieden waren. Ich würde das normalerweise, wenn ich das jetzt leuchten müsste für eine Produktion, natürlich mit einer ganz großen Diffusionsfolie, also in dem Fall mit einem Butterfly, sicher ein 8x8 oder vielleicht sogar ein 12x12 lösen und, ja, ich weiß nicht, eine M18 bouncen und dann da durch, um richtig schön groß, weiches Licht zu erzeugen. Allerdings ist halt die Sache, dass A, der Dario das jetzt mehrfach pro Woche verwenden möchte. Das heißt, er wird das dort fix installieren. Aber B, möchte er das auch immer wieder wegnehmen können. Wenn er nämlich Kurse dort hat, dann steht das alles im Weg. Also es muss klein, leicht sein, auch leicht aufzubauen. Und es sollte halt auch erschwindelig in der Anschaffung sein. Und C, auch für andere Dinge nutzbar. Und die professionellen Dinge, die ich da verwenden würde für einen richtigen Filmdreh, die habe ich ja nicht mal zu Hause. Die müsste ich vom Verleih aus borgen. Und dann würde man die einmal dorthin und aufbauen. Und das wäre A, sehr teuer und B, sehr groß. Und also zum Beispiel so, dass die Leute, die dort sitzen würden und zuschauen, gar nichts mehr sehen. Da ist es besser, wenn man kleine Lampen hat, wo man auf der Seite vorbeischauen kann. Und ja, finanziell macht das keinen Sinn. Von der Größe macht das keinen Sinn. Vom Aufbau her macht das keinen Sinn. Und es geht ja eigentlich auch nur darum, dass er sich leuchtet. Er möchte ja jetzt nicht die aller, allerbeste, schönste Lichtgestaltung haben, sondern man soll nur sehen, was er macht. Und es soll gut und professionell wirken. Und dafür haben diese Lampen, ja, ausreichend Licht und Lichtqualität geliefert. Hier seht ihr das Setup, wie das dann so ausgeschaut hat von weiter hinten. Das bin jetzt wieder ich. Ich habe in dem Fall mein Intercom drauf, weil wir wollten den Dario bei seiner Live-Präsentation das erste Mal nicht komplett durcheinander bringen. Und deswegen haben wir untereinander mit dem Intercom gesprochen, die anderen Leute, die im Raum waren, damit wir flüstern können und einander trotzdem verstehen. Ja, wir haben uns testhalber zusätzlich zu den Leuten, die an dem Workshop teilgenommen haben, auch mit einem Zugang reingehaut. Und da seht ihr, wie das dann ausgeschaut hat für uns, die anderen Leute und auch den Dario beim Kochen zu sehen. Ja, und was haben wir beim ersten Mal gekocht? Tagliolini mit Zitronensoße. Und ja, wenn man da stundenlang bei den Vorbereitungen dabei ist, dann möchte man die natürlich dann nachher auch probieren. Der Dario war so lieb und hat mehrere Portionen gekocht gleich. Und wir haben dann in einer kurzen Pause nach dem eigentlichen Koch-Workshop, wir haben danach noch eine Feedback-Runde mit allen Teilnehmern gemacht. In der kurzen Pause haben natürlich die Leute zu Hause dann das, was sie mitgekocht haben, gegessen. Und wir haben uns dann auch eine Portion mit einem guten Fritzante gegönnt. Wirklich lecker. Ja, das ist jetzt übrigens auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich habe heute gefrühstückt, weil ich mich jetzt in der Vorbereitung für dieses Video mit dem Essen und so wieder beschäftigt habe und mir die Fotos angeschaut habe. Und da kriegt man richtig Hunger, wenn man nichts gegessen hat. Ja, ich zeige euch jetzt noch ein paar Fotos von der Session. Da sieht man zum Beispiel die Softboxen von der Seite. Da sind wir jetzt wieder beim Testen, Aufbauen, Vorbereiten. Wir haben nachher in der Fragenrunde einiges an guten Feedback von den Leuten bekommen und werden damit auch noch die Art, wie diese Workshops in Zukunft laufen werden, ein bisschen optimieren. Im Großen und Ganzen hat das Ganze aber sowohl technisch als auch inhaltlich super toll funktioniert. Es war wirklich ein Spaß und eine Freude, gemeinsam mit den Leuten online zu kochen und es dann auch zu essen. Und ja, wenn euch sowas interessiert, momentan, seit gestern, sind die Kurse ja wieder offen. Wir dürfen ja jetzt wieder Leute treffen, ob das jetzt so leihwand ist, teilweise mit Maske da kochen zu müssen. Das muss jeder für sich selbst beurteilen. Aber es wird auch Online-Kurse geben in Zukunft. Wenn euch das interessiert, ich packe euch unten in die Videobeschreibung natürlich alle Links rein. Ihr dürft euch gerne und ich freue mich natürlich drüber, wenn ihr da was Nettes findet, beim Dario und der Manuela melden. Ihr könnt bei ihnen gerne Kurse buchen und ja, mit lauter lieben Leuten da einiges lernen, was die italienische Küche betrifft. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere da vielleicht was Neues lernt. Ich bin ja einer, der sehr gerne kocht. Also ich koche eigentlich ausschließlich bei uns zu Hause und da ist es immer wieder schön, neue Dinge zu erfahren und neue Tipps und Tricks zu bekommen. Und ich werde sicher ein paar Mal noch live, aber auch online beim Dario vorbeischauen. Vielleicht sehen wir uns ja da mal. Jetzt bleibt mir noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke fürs Zuschauen. Danke für jeden Like und vergesst nicht, bei Dario und Manuela vorbeizuschauen. Ganz liebe Leute, ja, wir sehen uns mit hoher Wahrscheinlichkeit nächsten Freitag um 20 Uhr. Ah ja, die es noch nicht gemacht haben, abonnieren nicht vergessen. Danke, tschüss und baba. Danke, tschüss und光